So, das Benzin haben wir. Ich muss immer den Filter wechseln. Jetzt bloß sehen, dass wir hier wegkommen. Irgendwie... Nö, lass mich vorbei. So, viel Spaß damit. Oh, der war schon hin. Oh, scheiße. Mistvieh. Das ist doch wieder das Drucklaufgewehr, oder? Nö. Das ist... Was ist denn... Das ist glaube ich auch nicht schlecht. Den nehmen wir mal mit. Ist da noch ein Filter? Nö. Das wäre eigentlich nicht schlecht gewesen. So, wo bin ich denn jetzt? Das wäre schon wieder angegriffen. Ich kann mich jetzt eigentlich nicht drum kümmern. Oh, scheiße. Oh Gott. Ich glaube ich auch schon wieder nur im Kreis. Was ist das? Oh. 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 erreicht ok Oh. Was ist denn jetzt schon wieder? Boah Nein Boah Alles klar Wo ist er? Los geht's Im Eiltempo Filter, oh, haben wir noch ein bisschen was gefunden Wird doch schon wieder Zeit Oh, mehr muss ich nicht mehr machen Ich machte ziemlich viel Lärm, während ich mich durch den Sumpf kämpfte Allerdings Wenn in der Kirche wirklich unsere Leute sein sollten, werde ich sie bald treffen Kirche So, jetzt muss ich mal ran an den Filter Ja Ja, das Gewehr ist aber gut Gut, dass ich das noch gefunden habe Etwas bessere Schropflinte Effektiver So So, sehr gut Hier finden wir Oh, viele ist aber nicht Hier ist noch ein bisschen Einmal neu Nee Sollten wir uns mal nicht allzu lange hier aufhalten Aufhalten Sag ich doch mal Immer die Brandgranaten Erstmal So So Wo muss ich denn Wahrscheinlich Immer dem Grünen nach Na, hier gehen wir noch eben mal kurz gucken Ob ich hier noch was außerhalb einer Waschmaschine finde Oh Oh Was war das denn? Scheiße Eine Falle? Ich gehe hier Wir warten auf dich in der Kirche Ich wiederhole Affirm Anna hier Wir warten auf dich Oh, ein Fernglas Wenn du mich hörst Wenn du mich hörst Dann kommt schnell zur Kirche Äh, Nachtsichtgerät sogar Hä? Wieso sehe ich den? Nichts? Wieso sehe ich den? Nichts? Ähm Ähm Was ist das denn? Ach du Scheiße. Waut man ab hier. Ja, es ist dunkel geworden. Noch ein bisschen Filter. Ein bisschen aufwärmen und weiter. Ähm. Dauerlang, ne? Shit, wäre echt nicht verkehrt, wenn wir hier endlich wegkommen. Was ist das denn? Ach so. Ja, damit braucht ihr sowieso nicht mehr. Ja, ja, ja. Wow, jetzt kommen sie. Mist, wir hier. Hey, ich laufe schon wieder im Kreis. Hier war ich doch. Ja. Hier war ich doch schon. Oh nein. Ja, in die Richtung. Ja, ich laufe schon wieder. Vielen Dank.